Hey Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Waschmaschine mit Trockner Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. 5. Produkt auf der Liste ist der Samsung WD6800. Der Samsung WD6800 WD80N642 OOX-EG QuickDrive Waschtrickner ist ein Hightech-Gerät, das eine Reihe von Funktionen und Vorteilen bietet. Dank der QuickDrive-Technologie wäscht und trocknet der Waschtrickner 4 kg Wäsche in nur 3 Stunden, was ihn zu einem der schnellsten auf dem Markt macht. Darüber hinaus beträgt das Fassungsvermögen 8 kg, was bedeutet, dass sie große Mengen schnell waschen können. Das Tommelvolumen beträgt 65 L und die maximale Schleuderdrittzahl 1400 Umin. Ein digitales Touch-Display sorgt für eine einfache Bedienung. 6. Samsung WD6800 WD80N642 OOX-EG QuickDrive Waschtrickner e UN Apparecchio di Grande Utilita, che ti aiuta a risparmiare Tempo e a lavare e smaltire effekesmente i tuvidici. Grazie alla Technologia QuickDrive e possibile lavare e smaltire 4 kg di rifiuti in sole 3 Ohr. Il peso di 8 kg permette di lavare velocemente grandi quantità di zibo. La massima quantità di profil contenitore EDI 65 LE la velocità massima di centrifuga EDI 1400 Umin. UN Display digitale as fioramento la rende facile da usare. Nächstes auf Platz 4 kommt der Beko WDW 851-41 Steam. Der Waschtrickner Beko WDW 851-41 Steam 1 verfügt über eine Kondenswasserfunktion, die die Bildung von Feuchtigkeit an der Außenseite des Geräts verhindert. Die Dampffunktion hilft, Falten und Gerüche aus der Kleidung zu entfernen und die Nachfüllfunktion erleichtert das Nachfüllen von Wasser oder Waschmittel während des Waschgangs. Der Waschtrickner ist außerdem Bluetooth-fähig, sodass Sie ihn mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern können. La lavatrice as zugatrice Beko WDW 851-41 Steam 1 ha una funzione di acqua di condensat che previene la formazione di umidità all esterno della macchina. La funzione Vapore aiuta a rimorferle ruge e gli odori dai vestiti, e la funzione di ricarica facilita il rifornimento di acqua o detasivo durante il ciclo di lavaggio. Le dimensioni della parecchio sono 84 x 60 x 59. La lavage è anche abilitata al Bluetooth, così puoi controllarla con il tuo Smartphone o Tablet. 3. Produkt auf der Liste ist der Buonier Y86 CPS Die Waschmaschine Y86 CPS von Buonier ist perfekt für alle, die weniger Zeit mit der Wäsche verbringen möchten. Das Fassungsvermögen der Trommel von 8 kg, die Schleuderdrehzahl von 1600 Umdrehungen pro Minute und die verschiedenen Waschprogramme machen es einfach, ihre Wäsche schnell zu reinigen. Der Wasserverbrauch liegt bei nur 4,1 L pro Waschgang, was diese Waschmaschine zu einer guten Wahl für umweltfreundliche Haushalte macht. Außerdem können Sie die Energieeffizienz mit EcoCare einstellen, das sowohl das Waschprogramm als auch den Energieverbruch optimiert. Das Autowashprogramm wählt mit Hilfe von Sensoren automatisch die geeignete Wassermenge und Temperatur für jede Wäscheladung. In questo modo puoi sempre provare i tuvi vestiti sicuri e resistenti. Il Y86 CPS è ance molto leggero, il C significa che i vostri bagni possono essere lavati in quasiasi momento, senza che altri possano stancarsi. La tecnologia AquaStop garantisse un'ottima protezione contro l'acqua. Il Volume DI Racolta DI 8 kg e Adatto AUN Massimo DI 40 Contenitori. Zweite Produkt auf unserer Liste ist der Hisense WFG E70141 VM. Die Hisense WFG E70141 VM S Frontlader Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 7 kg ist perfekt für eine Familie. Die Schleuderdrehtzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute sorgt dafür, dass Ihre Wäsche in kürzester Zeit trocken und tragbar ist. AquaStop verhindert Wasserschäden, während das Anti-Allergie-Spezialprogramm mit Dampf hilft, Allergien zu beseitigen. Das Spezialprogramm für Hemden mit Dampf sorgt dafür, dass Ihre Hemden wie neu aussehen. Diese Maschine ist auch A++++ Energieeffizienzklasse und verfügt über ein LED-Display. SE sei in CERCA DI una lavatrice pratica ed effiziente, la Hisense WFG E70141 VM S Frontlader Waschmaschine e la soluzione ideale per te. Con un peso DI 7 kg è perfetta per una famiglia. Il numero DI scariche DI 1400 scariche al minuto serve a fase c'è la vostra cucina in un periodo DI tempo molto lungo sia umida e spensirata. AquaStop verhindert Wasserschäden, während das Anti-Allergie-Spezialprogramm con Dampf aiuta ad eliminare gli allergeni. Schließlich, die Nummer 1 auf unserer Liste, der AEG T8 DBA 3 Wärmepumpentrockner. AEG T8 DBA 3 Wärmepumpentrockner, der Trockner mit dem Absolute Car-System trägt sogar das Wohlmark-Blutzertifikat für die besondere Pflege von Wolle. Outdoor-Kleidung wird nur so viel Wärme ausgesetzt, wie nötig. Die AEG Sensidri-Technologie mit Wärmepumpentechnik benötigt nur die Hälfte der Temperatur von Standard-Trocknern. Unsere Trockner sind mit der Prozenze-Technologie ausgestattet. Diese nutzt hochentwickelte Feuchtigkeitssensoren, um sicherzustellen, dass ihre Kleidung perfekt getrocknet wird, unabhängig davon, wie viel Wäsche sie auf einmal trocknen. Dies spart Zeit und Energie. Der Trockner mit dem Absolute Car-System trägt sogar das Wohlmark-Blutzertifikat für die besondere Pflege von Wolle. Outdoor-Kleidung wird nur so viel Wärme ausgesetzt, wie nötig. La Technologia AEG Sensidri-Technology con Technologia Wärmepumpentechnik e in grado di supportare solo la meta della temperatura di standard trickeln. I nostri forni sono dotati della tecnologia prosense. Die Technologia AEG Sensidri-Technologie